Die Ereignisse auf der Tattoo-Convention überschlugen sich geradezu. Ein Highlight jagte das nächste. Und vielleicht war es auch ein klein wenig der Tag der klein wenigen Merkwürdigkeiten. Denn was Lord Insanity mit seinem Körper anstellte, ist schlichtweg merkwürdig. Dass er sich am Anfang der Show einen Nagel durch die Nase schlägt, gehört dann noch zu den normaleren Ereignissen. Zitronensaft in die Augen, heißes Wachs trinken, sich Flyer auf den Rücken tackern. Kaum eine Chance wird ausgelassen, den eigenen Körper zu malzitieren. Dass da Regenwürmer auf der Bühne kaum eine Überlebenschance haben, versteht sich von selbst. Keine Merkwürdigkeit, sondern geradezu logisch, war auf dem Tattoo-Contest eine Live-Piercing-Show, die mit über 100 Nadeln im Rücken des Betroffenen endete. Wobei Live-Piercing und Live-Tattoo gab es natürlich allenthalb live in der Halle. Und natürlich gehörte auch eine richtige Bike-Präsentation zum Contest. Absoluter Highlight war allerdings der Auftritt von Stormy Heater mit ihrer Wornay-Show und ihrem absolut Fantasie-anregender Form des modernen Ausdruckstanzes. Wobei freilich dazu beigetragen hat, dass so manches Kleidungsstück dabei verloren ging. Gut ist, hier ist ein Wens betaling W Teller cay. Baut sich nicht zu ihm aus. Baut wahrscheinlich auch die falsche RheigerungPOATto. Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Alles gut! Nein, ich bin da! Vielen Dank.